hey meine lieben früchte willkommen zu meinem ersten video und zusammen mit meinen zwei lieblingsvoll deppen und zwar spiel mal in der in der ersten folge ganz normal so dass ihr über uns was rausfinden könnt um zu gucken ob ihr sagt hey doch könnte man öfters machen mit denen könnte man öfters angucken aber in den nächsten parts werden dann auf jeden fall overwatch challenges kommen oder andere videos also wünsche euch viel spaß mit dem video ja sonst habt ihr noch was zu anmerken viel viel spaß bei unseren dämlichen aktion das kann ja nur dämlich enden ich hoffe einfach mal dass jetzt mein internet nicht rein kommt also kommen hallo das erste video ist immer peinlich man hat es noch nicht so raus mit dem moderieren das ist normal also ich sag mal so kleiner info an euch liebe zuschauer wir haben davor versucht das erste video aufzunehmen es lief nicht so wie es geplant war ja und die map sagt mir gerade gar nichts na shambali kloster den die neue map die mit dramaturg reinkommen wirklich ich kann mit dramaturg reinkommen der zweiten season ich will doch nur handel spielen mensch ach du bist hier wieder die dps mayra die dps ich mach das weg höherer ich merke schon lustig ist verpönt ich weiß liebe fans jetzt alle geholt alleine gefühlt ja wo ist denn der im haus im haus weg ist er bleibt man bei der fracht zu lange braucht verheilung gerade gar nicht ich versuche irgendwie keine ahnung mich mal hier auszukehren weil ich kenne die map wie gesagt gar nicht ja sehr viel sehr viel sehr sehr vertikal halt vertrau auf sein gehörssinn das ist eine wichtigste waffe hier wenn du nämlich einen hörst dann ist auch da wer geht denn die ganze zeit hier von hinten auf mich anna und baptist ich habe nicht mal einen kill bis da oben im haus und sogar mercy die ich nicht treffe ja schwierig ja jetzt geht im gleichen kompletter mesh auf mich ich hab den mesh getötet hast es bald da oben ist ja die die gute alte map ich will hochklettern zu ihm der gibt mir auf den sack hab ihn alter meine fresse hoch von den anderen auf mich ich wurde geholt aber ganz frech aber ganz frech junge sagen hier von wegen des bestes es geht man ich grüß dort straining aber nicht für ganz auf 4 das ist auf jeden fall nicht war ich muss mich halt hier wirklich noch auskennen und schon bitter dass man mit der reaper fähigkeit niemanden bekommt und ich schlafe ausgeschlafen und revitalisiert wer geht hier von der seite oh 10 hp die wirst die wollte mich bekommen weil ich nur noch 10 hp habe und ich gebe ihnen den headshot legt mich ich komme ich bin tot ja ich hab den linken geworfen ich bin ja da vorbeigerannt kann man ja verstehen aber trotzdem ich bin zufrieden die mercy spielt auch als wäre sie die beste gute nacht dir das war eine also mein ding ist bereit meine old schon lange aber ich will keine ahnung warum auf den perfekten moment warten auch wenn das nie gut ist ich bin bei euch da oh mein gott von wo kommen die denn jetzt kommen die kommen von hinten lass mich dich saugen lass mich dich saugen ich weiß immer was für dich am besten ist saugen oder klar von hinten kompletten keine ahnung wo es ist okay ich war von aber zu meines hilfe hinten habe ich mich umgedreht dann kann man nur den reaper enden dieser scheiß reaper und der scheiß morrisen als soldier 76 alter geht mir auf den sack nur von hinten alter mensch die bracht hat den checkpoint erreicht die map ist mir viel zu verwinkelt alter das geht gar nicht ja flankhelden haben wir echt den spaß ihres lebens ich merks ich merks ciao soldier soldier wie kommen sie alle wuuhuuhu soldier ist weg soldier ist weg 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 okay also die mercy spielt auch die ganze zeit nur irgendwie mit der schule ja damals mit mercy abgespaced hat und weg es ich habe meine old auch ready wenn wer will alles gut wen spielst du er hat mich getroffen perfekt also ich möchte mal hier noch ausgewischen es war wir werden auch hier die ganze zeit die kegel steals das ist sein highlight intro das ist sein highlight ich werde jetzt einfach mein drachen voll spam also du wirst verfolgt war es mit der seite seid ihr da ja ich mich eher für die flucht entschieden werde besser ich finde es auch schön dass ich gerade mal wieder gar nichts treffe von die mercy aus der luft alter da wurde ich weg gemacht aber ich habe ein solzer ich bräuchte mal hier eigentlich ja ja und da bin ich weg ich lebe noch an mann 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 ja ich bin voll geil ja gut ok bei euch ist aber immer noch der reaper der solo endlich ist er tot meine fresse viel bellchen für alle das ist sehr gut das ist sehr gut und weg ist er langsam gewöhne ich mich an ich habe jetzt erst meine erste ultimate gezündet ne also ganz ehrlich alles gut kann da auch vom highlight eigentlich auch von hinten ne von der seite aber trotzdem ach da war ja auch geputzt natürlich ja ja dann ja auch kein wunder dass er das geschafft habe so ich würde sagen eine runde hängt man noch dran würde ich sagen ja und ja dann ein bisschen fanservice genau jetzt unterhalten sonst wie geht es euch so nein also es wird ne aber ich werde es gucken also mit hansa habe ich jetzt gerade nichts geschissen bekommen mal gucken vielleicht spiele ich auch reporter genji mal wieder oder k city ich hoffe einfach nur nicht wieder dass diese scheiß map kommt also keine ahnung dieses keine ahnung von links nach rechts von links nach rechts das geht mal auf den sack verwinkelt das geht nicht mehr um halt den squishies mal ein bisschen Raum zu geben um weg zu suchen das ne ich wege euch dafür dass du dich mal an k city ran traust k city oder das geht aber die frage also je nachdem das geht das steht der der da und dann sonst woanders sie was auch immer dann nehme ich casey die kommen ne weil eine meiner aber ich finde allgemein hier ist so als charakter wird vielleicht um magic typ fehlen es sieht so aus wie seniata sondern so richtig zauberhaft mäßig k.a warum obo jesus nein obo jesus haben wir ja schon ja nichts gegen seniata jesus höchstpersönlich auch aus eifach wenn ich den hallo geben will aber auch keine sprays mit ihm ausgerüstet leider das war jetzt keine gute idee sich hinzusetzen aber ich muss ehrlich sein ich finde die map eigentlich ganz geil na gut jetzt nicht die map von den dreien aber die sind mir ein bisschen zu groß die anderen sind nicht besser also ich ja gut ja kugel regnen sich halt vor lachen einfach wird es tun weh ich brauchte für den waffenschein inzwischen das war ein geiler kill ja jetzt schon kriminelles mit dicken kommt einer mit nach vorne doch keine gute idee ja oder man ist ja jetzt schon gleich wieder tot einer von den hat schon das team verlassen war wieder ich bin tot wie wollte ich denn ja ach die kugel von mal viel schaden viel schaden sogar aber ich habe das gefühl wenn alle meurer spielen dass sie mehr schaden machen spiel ich mal habe ich das gefühl nur zwei damage mache pro sekunde die sache ist du musst moskitos sein für meurer also dieses dauerhaft ich gehe ich gehe auf die nerven ich gehe auf die nerven ich gehe auf die nerven das nicht nachgeben das ist das ist das muss man dürfen ja nicht sehen uns geht aber wenn die sehen da hast du schon verloren wenn ich jetzt ein headshot und ich krieg es auch noch gleich in die fresse rein junge alter ich kann nicht mehr nehmen therapie pure schadenstherapie ich zitiere noch mal ich bin mit casey die ganz gut habe ich auch noch zu dings gesagt so hanso und jetzt scheiße schreien liebe zuschauer ich bin wirklich nicht so schön wirklich profi ja hallo wenn ich keine anerkennen dann muss ich halt selbst machen wieder habe ich nicht kassiert ja ich brauche mal und reiner leute danke hier einer beim punkt ich werde von der mercy geholt weil ich sie sich nur auf mich fokus kommt runter wenn ich komme und noch kommen und noch ablenken jetzt ablenken und da macht 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 da hans ja da hat es bestimmt schon einmal eure fähigkeit ich habe meine erste fähigkeit bis heute nicht erst einmal geworden auch wenn ich mich doof angestellt hat ich habe jetzt meine old bekommen wo auch noch ein paar Prozent schreien ja das jetzt würde mit kurz an ein wenig gut für torkieren aber kein bock ihm zu spielen denn sie kommt es war dann macht einer macht die für mich kraftwerke die zuschauer ich möchte nur anmerken das kann man ja ruhig mal erwähnen also ich mag es auf jeden fall in die beschrieben die video beschreibungen könnten gerne folgen zurzeit spiel mal gerade minecraft da haben wir gerade ein projekt am laufen mit zuschauer aber bescheid sagen wenn wir dazu einpasst oder zeit hat wie es euch bin ich einfach kein bock auf euch habt nein oder wirklich jeder ist hier herzlich willkommen hallo meine märkte gibt mich nicht mal was ist hier los ich wollte ich wollte mal kurz mich holt ja ich hab mir ein hit gegeben ein hit ich kommt im strahl und so hat keinen bock mehr hallo excuse me ja ich wollte schon sagen ja guck guck dir an wieder der scheiß mother fucker da junge ich treff nicht ich treff nicht ich treff nicht ich treff nicht die ist ausgewichen so jetzt läuft jetzt läuft jetzt läuft jetzt läuft jetzt läuft jetzt läuft nicht mehr müssen wir hin da trifft sie nicht da trifft sie nicht da trifft sie nicht mich auch nicht ich habe sie endlich noch mal genji battle und das war's alter jetzt läuft gerade mit genji Oh, pass auf, Karrus! Wuuu! Bup, bup! Mäb, mäb! Eine Muu, eine Määb! Eine Muu, Muu, was? Also wenn meine Ult gleich bereit ist, bräuchte ich dich, meine Liebe. Ja, ich bin schon bei dir, süße. Wie dat ihr scheitern?! Da haben sie einen Triff wirklich jeden Hit, alter! Bitte, hab Spaß! Ein Ulti ist ready, übrigens. Ach komm, mach ich's mal. Jetzt, treff, doch endlich, verfickte! Ich brauch mal hier deinen Damage Boost, ne? Weil ich bin grad hier am sterben. Und das war's. Habst du's noch? Uh, bitte! Hab Spaß, gönn dir, hab Spaß! Jetzt komm her, Alter, die Spaß, ne? Der Hanso trifft auch jeden Hit, ne? Ja, Flick King Hanso. Aua! Aua hat mir tot! Ah, kacke! Brauchen wir Hilfe! Brauchen wir unbedingt Hilfe! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Aber meine Ult ist jetzt bereit. Also, jetzt wäre Hilfe angesagt. Also, wenn die jetzt alle auf den Zielpunkt drauf gehen. Ja, was hat denn gerade der Ding? Ich sag auch mal hier Bescheid. Wir haben schon die ersten Heldnachrichten im Chat bekommen. Heldnachricht, wie? Was macht Neuras? Holst du, äh, Ulti nochmal? Strahl, äh, Strahl, der, der sämtliche Barrieren durchbricht und, äh, Healed und Damage gleichzeitig macht. Ah, lol, ja, okay. Immerhin. Puh! Ähm. Ich der Hanso wusste, dass ich von hinten komme, alter. Bastard, alter. Sorry für meine Ausdrücke hier, aber, ja, Hanso geht mir so auf den Sack, ey. Auf den Keks. Haben wir fast. Haben wir fast. Braucht mal Hilfe. Komm mal zu euch mit dem. Genji. Er hat dir dein Geist auch nix zu passt, bro. Weg damit! Weg mit dir! Ich hoffe... Jetzt mal ehrlich, ich hab die Orisa einmal in einer kompletten Runde gesehen. Das kann jetzt nicht sein, dass wir verlieren. Warte mal. Lebst du noch? Meine Lieblingsmärzte? Äh, ne, ich bin Lucio jetzt. Oh. Das ist jetzt scheiße. Naja, ich, 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 ich kann zumindest mal probieren, äh, die, das Team oben zu halten, sich mal so. Jaja. Innen drin. Oh, und da bin ich weg. Juhu. Es ist Mist. 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 Einfach nur draufhalten, 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 draufhalten. Mir gelingt es ja eine Schadenskugel werfen, wenn du kannst. Ich bin gleich tot, ne? Ja, ich bin jetzt an dem Scheiß Schwerk gestorben. Ach Mann, ey. Oh, den... Oh, den... Oh! Jetzt kommt, das müssen wir schaffen. Oh! Oh, den... Oh, den... die geht mir auch auf den sack denken wo habe ich jetzt die ganze zeit die ganzen schaden wir haben mich in der luft noch getroffen ich muss mich gerade so zurückhalten keine beleidigungen hier zu sparen alter der hand so schießt einkommen irgendwohin alter ich bin ein ruhiger mensch aber so was fackt mich ab also eine rage begeisterten hier ist die rages ich benutze meine fähigkeit bin sofort tot eikon ich bin kopf davor der one flick war knapp haben sie gut gemacht aber daran so der kann bitte weg gehen ist das problem und manchen leuten haben einfach kein leben dann macht du mal wieder schön dank gedanken das ist die map und was man kannst du kannst mit mercy so ein bisschen um ecken rum heilen wenn du in den strahlgeschäft positioniert hat sie mich einfach nur also als beispiel meine frische wenn es mal wenn du in einer ecke schützt kannst du um die ecke rum heilen wenn du es möchtest sogar als ich auch der seite ist bei der straße ich habe jetzt schon diesen scheiß hand so wieder ich kann kann so junge und hat uns instant geflickt instant der ist nervig sagt sich ja er geht jeden ja auch noch ein gengin haben so was kommt als näher noch mit kiriko haben auch noch die komplette japanische familie haben wir hier am start ja warum bin ich mich hat da haben so geholt aller ich ich lieb mein leben ja warum scheiß mercy geht aber auch auf den jahr kommen hatte presse da so schnauze jetzt dort ist ich auch noch weg Genji nur weglagen. Genji ist weg. Spanso wieder! Mann! Warum muss er meine Fähigkeiten kommen? Fox heißt ja Fox, Alter. Fox. Ist ein bissl eher Fox, oder? Wenn die sogar schon schaffen... Ah! Der, 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 der trifft seinen Heldschutz. Und ich bin gleich wieder tot. Nicht so, komm! Werbefreundlich! Ich bin ich nicht. Ja, deine Stimme im Kopf müsste auch mal untersuchen müssen. So, durch wie du bist. So, also... Down mit dir! Nieder mit dem Hund! Jetzt darf ich hier warten, bis ich wieder meinen Scheiß-Med-Kit bekomme. Genji hat seine komische Ulti, ich glaub. Naja. Genji ist wurscht. Und ich bin wieder tot. Hey, Hansu! Das war wieder mal so klar, dass mich der Scheiß-Med-Kit bekommt. So früh, um die Flinte ins Korn zu werfen. Hey, Hansu! Wir sind in der Unterkauf. Ehhhh! Und dann ist mein Stimmenbruch bei der Ultimate. Ich mach mal eben Spaß. Es nervt mich halt so hart. Es ist wirklich einfach nur der Hansu. Mhm. Hä' informative. Alter, diese Junker-Queen, die ist doch schlimm, Missy. Ja, die gehen einfach Hardcore drauf, und kannst es einfach so zusammen machen. Doch, kannst du was machen, aber... Das war so klar, dass du von hinten kommst. Also, ich bin mal drin, Leute. Ey, ich bin tot. Was macht unsere Diva, ganz ehrlich? Was macht sie? Rent rein und schippt. Aber nur sofort, ich rente rein und schippt. Das war's für die. Alter. Blöckstreffer. Merci, du... Ihr müsst jetzt mal auf den Zielpunkt, ne, sonst wird's nix mehr. Du bist echt dämlich. Zielpunkt, Zielpunkt. Ja... Ja, kommt. Passt schon. Ich glaube, nach der Aufnahme werde ich mal ganz kurz hier den Hans ummelden. Ich muss mal ein erstes Wort für mich reden. Ja, ich muss ein ganz ernstes Wort mit ihm reden. Ne, mach ich nicht, ich bin nicht so einer. Nicht solange ich hier bin! Ist es die Szene, wo er einfach irgendwo hingeschossen hat und mich getroffen hat? Ja. Da, pass auf. Da, zack. Einfach weg war ich. Das war einfach der... Der Anti-Cheater-Bot. Hmm... Naja, egal. Ja, das war's mit dem ersten Video. Ja. Gerne einen Kommentar schreiben, was man vielleicht verbessern kann oder was man mal spielen können. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi! Ciao! Ciao!